Aus diesen fünf Gründen solltest du Ingwerwasser trinken. Auch wenn der Geschmack dieser Pflanze etwas gewöhnungsbedürftig ist, werden in der orientalischen Kultur mit diesem Getränk schon seit vielen Jahren verschiedenste Krankheiten geheilt. Ingwerwasser hat zahlreiche gesundheitliche Vorteile, von denen auch du profitieren kannst. Erfahre mehr darüber in unserem heutigen Artikel. Ingwer gehört zu der Familie der Zingibaratheia und ist in der Botanik unter dem Namen Zijiba Officinale bekannt. Für kulinarische oder heilende Zwecke wird normalerweise das Rhizom, das heißt der Wurzelstock, verwendet. Der Geschmack ist sehr intensiv und scharf. In den letzten Jahren wurde Ingwer sehr beliebt und ist deshalb auch in Deutschland einfach zu erwerben. Die scharfe Wurzel wird in der tradidionellen chinesischen Medizin schon seit langem erfolgreich verwendet. Sie hat beispielsweise eine sehr positive Wirkung auf die Bauchspeicheldrüse und das Verdauungssystem. Außerdem hilft Ingwer bei Atemwegserkrankungen, wie beispielsweise einer gewöhnlichen Erkältung. Die Wurzel wirkt auch schmerzlindernd. Ingwerwasser enthält die Vitamine C und B6 sowie Mineralstoffe, Z, B, Kalium, welche das Immunsystem stärken und die Genesung beschleunigen. Die Antioxidantien des Ingwers stärken die Abwehrkräfte ebenfalls. Wie man Ingwer verwenden kann Ingwer kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Du kannst damit verschiedenste Gerichte würzen oder auch Saft, Tee oder Nachspeisen verfeinern. Darüber hinaus kann die scharfe Wurzel für Kosmetika oder als Hausmittel gegen verschiedene Beschwerde verwendet werden. Du kannst sie in Shampoos, Ölen, Körpercremes oder auch gegen Zellulite verwenden. Damit wird jedoch die Körpertemperatur erhöht. Deshalb solltest du folgendes berücksichtigen. Bei erhöhter Temperatur oder Fieber, in der Schwangerschaft, bei Kindern und Personen mit Bluthochdruck, die Aspirin einnehmen, sollte Ingwer nicht verwendet werden. Wie wird Ingwerwasser zubereitet? Zutaten 4 Tassen Wasser, 1 Liter 4 Esslöffel geriebener oder geschnittener Ingwer, 40 Gramm Zubereitung Das Wasser zum Kochen bringen und den Ingwer dazugeben. 10 Minuten kochen lassen, vom Herd nehmen und weitere 10 Minuten ziehen lassen. Danach durch ein Sieb gießen und trinken. Du kannst dieses Getränk kalt oder warm trinken und nach Wunsch auch mit Honig oder Stevia süßen. Dieses Rezept schmeckt auch mit Zimt und Zitrone oder anderen Zutaten lecker. Anschließend nennen wir dir 5 Gründe, warum dieses Getränk nicht in deiner Ernährung fehlen sollte. Erster Ingwerwasser stimuliert den Stoffwechsel. Ingwerwasser ist für seine thermogene Wirkung bekannt. Es bringt deinen Stoffwechsel in Schwung und hilft dir gleichzeitig überschüssige Pfunde schneller loszuwerden. Für übergewichtige Personen ist Ingwerwasser daher ein ideales Mittel zum Abnehmen. Zweite Ingwerwasser wirkt verdauungsfördernd. Ingwer enthält viele Ballaststoffe, welche den Darmtransit fördern und somit zu einer guten Verdauung beitragen. Die regelmäßige Einnahme von Ingwerwasser verbessert die Nährstoffaufnahme. Gleichzeitig stimuliert Ingwer die Ausscheidung von Giftstoffen, welche Darmprobleme hervorrufen können. 3. Ingwerwasser enthält viele Antioxidantien Wie schon erwähnt, ist Ingwerwasser reich an Vitaminen und Antioxidantien, die für die Herzgefäßgesundheit sehr wichtig sind. Sie beugen der Verhärtung und Verengung der Blutgefäße vor und fördern die Durchblutung. Auch für verschiedene Kosmetikanwendungen ist Ingwer bestens geeignet. Du kannst damit schuppenlos werden und trockene Haare behandeln, da die Wurzel Feuchtigkeit spendet. Auch bei Haarausfall kann Ingwer gute Dienste leisten. 4. Ingwerwasser hält die Cholesterinwerte stabil Ingwerwasser soll auch die Werte des schlechten Cholesterin, LDL, niedrig halten und so der Verengung der Blutgefäße vorbeugen. 5. Ingwerwasser wirkt entzündungshemmend Ingwerwasser wirkt entzündungshemmend und beugt Schmerzen in verschiedenen Bereichen des Körpers vor. Darum ist es bei bestimmten Beschwerden sehr nützlich. 6. Gliederschmerzen Muskelschmerzen Rheuma Arthritis Baue auch du Ingwerwasser regelmäßig in deinen Ernährungsplan ein, um davon zu profitieren. Abonniert